M-Moi Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Eye Daylight Fuck you einfach Wir sind alle vier hier, ne? Alle vier hier, ne? Keiner, keiner, das ist reines Glück Okay Alter, wie cool die Jungs, was machen wir erstmal hier? Ich hab das wieder ver... Jetzt hab ich alles dreimal Hör auf zu sprinten! Was ist das denn für den Streber? Hör sofort auf zu sprinten! Das ist keiner von uns Das ist keiner von uns Mir egal Was darf man jetzt? Wie sieht der uns nicht? Wie sieht man, wie sieht der uns nicht? Hinhocken! Hinhocken! Darf ich nicht normal so laufen? Hock dich hinter ne Ecke oder so Oder ins Gebüsch Genau Und wir sollten nicht alle auf einem Haufen sitzen Oh nein Das stimmt Ich hörs Der scheint woanders zu sein Vielleicht hat er die andere Mech gefunden und jagte die Die waren nämlich da hinten in der Richtung Ja das kann sein Dann lass uns mal hier an den Gen Ja das kann sein Ja Ja War ja klar Ach der hat... Ja der hat... Ja aber der hat den Perk drin das er lang ist Ja aber der hat den Perk drin das er lang ist Ist das dein Ernst? Ich hasse ihn nicht gemerkt Mach weiter mach weiter der verfolgt die andere Leon weitermachen Ja aber ich hör ihn schon Ja natürlich weil der hinter uns ist Ja natürlich weil der hinter uns ist Okay Au Ich geh safe Au Boah Leute jetzt reicht's mir aber Das wär jetzt zu blöd Wir wollten ein bisschen Killer aufmerksamkeit Genau Hab ich ja auch grad gedacht Bleib... Geh nicht so in die Hand ran Oh der ist auf der rechten Seite Boah Boah ich hab grad echt Gänsehaut ne Du kriegst vielleicht dafür eine... Wow der Typ hat... Ist das sein... Ja der hat sich direkt getötet Ja gut dann brauchen wir gar nicht weiter zu machen Was ein Spacken ey Weißt du... So kann man natürlich auch das Spiel versauen Der hat sich... Der hat versucht sich selbst zu befreien und auch nicht gestruggelt Der ist tot Heißt jetzt? Ja... Jetzt müssen wir ohne... Das ist sehr tot Wir können doch trotzdem noch weitermachen Jaaa aber das hat... Das hätte uns mega zu viel Zeit geben können Wenn er's nicht gemacht hätte Und jetzt haben wir da deutlich weniger Zeit Und müssen 5 Generatoren machen Das war einfach nur just for troll Au ich bin... Er hat mich in Schlaf gesetzt Das ist schlecht Der Typ Der hat den Generator gekickt Spiel ich mal ein wenig mit dem Mach dir Generatoren Alter ist der gruselig Also er verfolgt dich Jaja Ja gut dann... Oh... Findest du das? Ja... Aua... Arschloch Komm mach... kaputt Fein gemacht Arschloch Na komm Wow Ist das dein Ernst? Lea und bei dir ist er auch kaputt Ich hab in dem Moment aufgehört und da kam ein Skillcheck Bei mir auch Er bringt mich übrigens zu euch zum Jen Jetzt... Er hängt mich gleich direkt neben euch Okay Ich hoffe er hat mich jetzt... Wo er hinrennt Ja weiß ich... Okay das heißt... Luca wird verfolgt Egal ich... Ich... Ich freie dich grad... Ist das dein scheiß Ernst, dass du ihn direkt zu uns bringst? Ich wollte ihn nur freien! Ja... Ja jetzt hat er mich... Er verfolgt mich Alles gut Nein er hat mich grad ins Schlaf gesetzt Ja mich auch Ja aber er verfolgt dich nicht Achso okay... Wie kann er denn alle gleichzeitig ins Schlaf versetzen? Weil es Freddy ist Der muss dir nicht hinterherlaufen Um dich weiter ins Schlaf zu versetzen Du Lappen Ich dachte das geht Wie wärs wenn du dich ab und zu mal umschaust Umdrehst um zu gucken ob er noch hinter dir ist Der konnte ich ja vorher noch nicht sehen Er ist auf den der da inzwischen aufzuhaufen Mach das Soll ich da hin kriechen? Weiter Nein lauf ich brinnte Alter Der ist nicht mehr hinter mir her Der ist nicht mehr hinter mir her Komm wieder her Oh der hat dir eine gegeben Achso du warst auch schon am schlafen Ich? Ja Wie kann man dieses... Oh jetzt schlafe ich auch Wir sind gefickt Ach sieht er uns dann? Ja Wir sind gearscht Wir sind alle im Schlaf Ja So ich bin jetzt aufgewacht Ich hab ein... Wenn du ein Skilljack verkackst Dann wachst du auch auf Wachst du dich selbst Aber nur bei Heilung oder Generatoren Ja Nicht bei Sabotagesachen Ja Hier muss doch irgendwo ein Gen sein Generator Generator Bitte Ich glaube ich häng so Dezent hier Ach hier ist einer Ich befreie mich mal nicht ne 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 Mach das bloß nicht Ne ich warte einfach Ja Ich wollte mich auch selber wecken Gavin bist du noch im Schlafen? Nein nein ich hab mich selber geweckt Okay Du Wer erst kommt der meine Leer Nein Ist der immer noch bei dir? Ja er ist bei... Er ist bei mir Wo bist du? Weit weg Okay Jetzt hör ich ihn nicht mehr Doch ich hör ihn noch Ich hör ihn schwach Dann häng ich dich mal ab Jetzt ist weg Jetzt ist weg Danke Nicht da den Generator weite man Der kommt doch sofort zum Haken Das ist doch so in Ernst Sieht ihr als welchen Generator weite? Nein aber der weiß doch wo ich dich abgehangen hab Wer wartet doch Das ist Das ist das Unerwartendste weiste Wenn ich das Erwartendste mache Nein sie gucken immer meistens da Ja okay Weil das einfach so viele machen Oh my god oh my god oh my god Oh my god Ich blende ihn einfach voll in die Fresse Alter ich hab den voll in die Fresse geblendet Ja stand da Killerblendung Wenn da nicht Killerblendung steht Dann hast du ihn auch nicht geblendet Dann versuche ich mich nicht Ich lass mich jetzt komplett tot Wieso nein Du musst jetzt strugglen mit Leertaste Wieso und behindert hast du oft die Leertaste Hellmann Gevin kannst du ihn retten gehen oder soll ich? Ich ging schon zweimal Ich voll bin auch relativ weit weg Ach der kommt mir entgegen Lange lebe ich nicht mehr Okay dann geh ich Glaube ich zumindest Ah ich struggle an der Leertaste der ist Ja der ist bei mir Der ist hinter mir Nicht offen zur Rettung Bury weiter ich komm dich retten Ja lange ist nicht mehr Ich bin jetzt im Schlaf Ich bin jetzt im Schlaf Alter Bleib direkt hocken Bleib direkt hocken Ich heil dich direkt Reddy Krüge Hallo Killer betäubt Auch wenn er mich Na na Das wird schon Böse 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 scheiße Ich kann nichts mehr umwerfen Ich bin tot So jetzt heil mich Achso Und bitte keine Skillchecks dabei verkacken Was heißt das? Die Skillchecks die auch beim Generatoren reparieren kommen können auch hier kommen Genau das hab ich meinen Bitte das nicht machen Ich hänge mal Nein Ja warte ich muss noch einen Skilltrick Alles gut Der kommt wahrscheinlich zu euch Ich bin mir da nicht sicher Doch Irgendwie zu dem Verletzten Achso Ist ja Ist keiner verletzt Der Rechter von euch beiden Glaub ich In die Richtung ist er gelaufen Bin dann ich Komm wir fahren welches Ja da hab ich ihn gesehen Ok ich helfe dir Ich renne Rennt Erst nein Noch nicht Du weißt doch nicht aber direkt hinter dir ist Lass drauf ich mach mir die Hose ich renne jetzt Wir hören wieder nicht Ja ich hier hör ich nichts Alter schnell komm da runter Oh Gott jetzt tschüss ne Du hast den direkt mitgebracht Glaub ich Ja der ist direkt bei mir wow Du hast den wirklich mitgebracht Danke Luca du hast für einen Haken geholt Ja 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 Ach kein Problem Der hat mich Aufgenommen Ich konnte nicht aus dem Fenster springen Hat er dich direkt abgefangen? Ja Der war schneller Deutlich schneller Warte Weißt du denn wenn ich diese Hosen gleich kaputt mache? Gibt Punkte Ach scheiße jetzt konnte ich nicht sehen wo er hin ist Fuck Ich glaub der da relativ nah bei mir ist Es dürfte Luca sein Du müsstest das Loll arbeiten Ja nicht abhängen Nicht abhängen Kevin ich brauch deine Hilfe Ok ich komm mal Lauf so weit von Leon weg wie du kannst Versuch nach rechts weg wenn möglich Von dir aus Ja mach ich geil Nicht dass er euch gleich noch begegnet Weil du renst grad nach links statt nach rechts Nein das ist nach links Ja du solltest nach rechts weglaufen Nein das ist nach rechts Das ist ein Video Marier mich nicht Lass mich mich weiter rein Leon Ich glaube Kevin du hast den auch mitgebracht oder? Nee hast du nicht Gut Hä der ist hinter mir Der ist sau weit weg von euch Ist ok Ist ok ich dachte grad schon Ich hätte mir Weil der hier ist deutlich schwieriger zu sehen als der mit der Lampe Natürlich So aufteilen Den Generator da hinten habe ich schon ein bisschen weiter gemacht Du hängst zweimal? Ja Ach scheiße Und Luca Wir müssen zumindest zwei Generatoren Er hing auch schon zweimal Wir müssen zumindest zwei Generatoren auf die Kette kriegen Der Killer ist geliebt Wir haben überlebt man Was? Wir haben es geschafft Der Killer hat Der hat ein Disconnect gekriegt offensichtlich Ja Hab ich auch überlebt Nee du bist gestorben Echt? Nein es gab einfach keine Survival Points dafür Stammt Nice Aber dafür dass der andere direkt aufgegeben hat Müsst man den eigentlich reporten oder? Du weißt ja nicht ob Keine Ahnung was da los war Ja ja Ist ein höheres oder niedrigeres Level gut? Niedriger Also Rang ist niedriger gut Level ist höher gut Hey bei mir wurde der eben zurückgesetzt Ich war eben 17 Bisher jetzt auch Nein bei mir bin ich 20 Bei mir bist du 17 Okay dann ist das wieder ein Bug Ja an der Anzeige ist das ja oft verkehrt Okay Ja gut das war eine Runde Dead by Daylight Haut rein Leute bis zum nächsten Mal Ciao